So, hier ein kleines Video, was ich aus dem IC drehe, deswegen ist auch ein bisschen hier Lärm, aber trotzdem mal kurz gucken, da brauchst du in der Hanau, wo das jetzt steht, sieht man also hier auf Platz 5 auf der ersten Seite, also wenn ich mal hier runtergehe, das hier oben sind die Anzeigen, die kann man ignorieren, die zählen nicht mit, aber hier auf Platz 5 haben wir den YouTube-Kanal, auf Platz 6 das entsprechende Video, auf Platz 10 ist dann hier die Pinterest-Seite und 11 ist dann hier noch ein Artikel, den ich geschrieben habe in meinem Blog, in meiner Google-Plus-Seite, also sind wir auf der ersten Seite hier mit Pinterest, mit dem YouTube-Video, mit dem YouTube-Kanal und noch ein Artikel von mir ganz gut vertreten, also es sollte ja für den Anfang erstmal reichen, jetzt gucke ich auch nochmal nach, was dann Verkaufsträne Langsell-Bolt macht, da nochmal reingehen, so, da ist dann auch hier entsprechend das Video auf 3, dann hier wieder das Pinterest-Board und hier Manager-Seminare zum Thema und hier ist dann nochmal, auch von mir nochmal das Google-Plus, ja, also recht erfolgreich, so kann es weitergehen. Bis zum nächsten Mal.